Das diesjährige designierte Kinderreihe stehen, zusammen mit ihren Prinzenführern, auf die Bühne zu bitten. Städtische Mathe ist verrat! Wir begrüßen den designierten Prinzen Peter, die designierten Frau Paul, die designierte Prinzessin Celia und den designierten Standardenträger Laurenz. Städtische Mathe So allein können wir sie natürlich nicht in ihrem Stand erheben. Dafür brauchen wir noch eine, die das kann. Liebe Michael, geleite bitte unsere Bürgermeisterin auf die Bühne. Ja, einen wunderschönen Nachmittag. Liebe Gäste, liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Großeltern und vor allen Dingen das designierte Dreigestirn, eigentlich ein Pferdgestirn. Aber leider kann ich überhaupt keinen Kölsch, weil ich immer noch ein Amy bin. Deswegen gibt es meine Ansprache und meine Ansage auf dem Buchdeutsch, was ich so kann. Also wir haben ja einmal den designierten Prinzen Peter Knielinski. Peter ist der Löwenlicher Neustädter KG und ich darf dir jetzt zum Zeichen deines Amtsantritts deine Insignie in Form dieser Pritsche überreichen. Fühlst du dich stark, die Herrschaft für diese Session 2022-23 zu übernehmen? Etwas lauter? Ja. Sehr schön. Dann bestärken wir dich mit einem herzlichen Dreifachen. Können Allah! Löwenlicher Neustädter, Allah! Und Peter der Erste, Allah! Dann haben wir noch Paul Dahl. Paul, Entschuldigung, von der Römergarde. Und Paul soll der Bauer werden. Und zum Zeichen für deine Schlüsselgewalt darf ich dir jetzt diese Schlüssel überreichen. Und auch für dich zur Bekräftigung und als Startschuss für deine Herrschaft oder Mitherrschaft ein dreifaches Kalle, Allah! Römergarde, Allah! Frau Paul, Allah! Dann haben wir noch Silja Görfens von der großen Junkersdorfer. Silja! Du wirst die Prinzessin Silja werden für die Karnevalssession 2022-23. Du freust dich sehen. Dann darf ich auch dir zum Zeichen deiner Herrschaft oder Mitherrschaft diesen Spiegel überreichen. Du fühlst dich auch stark deiner nicht zu übernehmen. Du fühlst dich stark genug deiner nicht zu übernehmen. Das ist schön. Und dann auch für dich ein herzhaftes Kalle, Allah! Römergarde, Junkersdorfer, Allah! Und zu guter Letzt noch jemanden, den wir dringend brauchen, nämlich den Standartenfänger, der seine Standarte schon hat. Die brauche ich dir nicht zu übergeben. Auch von der großen Junkersdorfer, Laurenz Nagel. Auch für Laurenz, ein dreifaches Kalle, Allah! Römergarde, Junkersdorfer, Allah! Und dann Datenträger Laurenz, Allah! Ja, ich freue mich dann, dass ihr heute euer Amt antreten könnt und wünsche euch ganz viel Freude dabei und freue mich auch darauf, euch dann beim karnevalistischen Empfang im Lindenthaler Bezirksrathaus wiederzusehen. Bis dahin! Bevor wir uns in Zwickaforre würde ich einmal bitten, dass die liebe Familie unseres neuen proklamierten Dreigestörns einmal auf die Bühne kommt. Bitteschön! Bitteschön! Auch für euch haben wir einen kleinen Präsent. Und dass ihr uns die ganze Zeit unterstützt habt in den letzten Jahren. Denn wie ihr alle wisst, das Dreigestinn stand auch letztes Jahr schon auf der Bühne, jedoch unproklamiert. Dieses Jahr haben wir endlich geschafft. Vielen, vielen Dank für eure treue Unterstützung, dass ihr die Kinder immer zu euren Auftritten bringt, dass ihr dahinter steht. Vielen, vielen Dank. Einen großen Applaus bitte. Die Blöbchen werden fleißig verteilt. Vielen herzlichen Dank. Nun seht ihr unser proklamiertes Kinderreigestinn von Löwenigwein-Junkersdorf. Und es ist mir eine Ehre, Sie das allererste Mal vorstellen zu dürfen. Wir begrüßen Prinz Peter den Ersten. Einen Applaus bitte. Ach, wär ich nur ein einzig Mal ein Schluckerwüns im Karneval, dann würdest du den 6. Mai, eingehen. Das wäre so schön, um wahr zu sein. Das wäre so wunderschön. Das wäre so wunderschön. Das wäre so schön, um wahr zu sein. Als nächstes Ihre Schönheit, Ihre Exzellenz, Prinzessin Silia! Ich darf euch vorstellen, den proklamierten Bauern, Bauer Paul! Der Marsch und der Marsch und die Bohren, Dicke Eier, Kummer, Kummer, langer Bohren. Und die Lüft, und die Lüft sind dann Bohren, Und die Eier und der Kummer und die Bohren. Und die Eier und die Trümmer und die Bohren, Und der Marsch und die Bohren. Und um natürlich das Trio komplett zu machen, hier bei uns in Löwenichwein, Junkersdorf, der Standardträger, Standardträger Lorenz! Musik Und ich, hier ist ich, du bist die Oma, eins für mich, Nummer zwei und drei sind die Eier allein, dass hier die Schmerzen liegt. Und ich, hier ist ich, du bist die Oma, eins für mich, Nummer vier bis zehn, lass ich einfach stehen, im Moment will ich nur dich! Und wir nichts sehen, lass ich einfach stehen, im Moment will ich nur dich! Lass uns ausrufen, ob da proklamierte Kinderreihen stirn! Dreimal von Enzel, Köln! Kinderreihen stirn! Vipo Reformerweger mache, darf ich die lebenden Eltern herzlich bitten, die Bühne zu verlassen. Ihr dürft eure Kinder nun von unten bestaunen. Viel Spaß! Ich übergebe jetzt das Mikro an das programmierte Kinderreigeschirn. Lef Jecke, lieber Herr Präsident, wir sind so froh, hier zu sein, endlich für euch auf der Behörde zu steigen. Das ist unser zweiter Anlauf. Wünscht uns Glück. Mit Glück hat das doch nichts zu tun. Wir singen und viele bringen Spaß und Freude und trotzen diesen blöden Kuchen. Nein, das ist heute nicht. Bloß nicht. Das geht nicht. Nicht höch. Es ist fast leer. Endlich. Von allem anderen wird nicht geredet. Es wird nicht geredet. Und wie? Auf kürz oder quer. Das ist uns Motto diesjahr. Nichts kann uns zufalten. Nichts den Fasselär verdrehen. Wir alle Vieren zusammen. Ja, auf Knäsch oder her. Wir alle zusammen. Und da machen wir mit dem Lied, das mir euch mitgebracht haben. Er kann Pellmeister. Sie ab. Und da machen wir mit dem Lied. Und da machen wir mit dem Lied. Ja, das ist so, oh 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 Ja, für die, die Steht. Endlich schwimmen wir, wenn's wieder muss. Mit der Quarantäne, da ist Schluss. Das ist besonders und ich möchte auch nie, nie anders. Fasten, da ist uns größtes Glück und wir sind in der Mitte zahlbereit. Mit dich zu singen, um dich Freudezitz zu bringen. Girl, ich dachte so, Wo-oh-oh-oh, du lief es ins. Ich dachte so, Wo-oh-oh, wo-oh-oh, du lief es ins. Wie lange er mir auch auf, Hier wurde ich auf die Hohenschule gemalt. Jetzt ist endlich fl qualities, der passende Abend ist zurück. Sag da bist du. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Für die Geschehnung. Your life is home. Whoa-oh-oh-oh Whoa-oh-oh-oh Für die Ere ist Ja, that is so Whoa-oh-oh-oh Whoa-oh-oh-oh Für die Ere ist Ja, für die Ere ist so Whoa-oh-oh-oh Für die Ewigkeit Auf kurz oder quer, ohne hin oder her Wir lassen es und lassen es vom Fastelär Was ihr gesagt habt, könnte nicht vor sein Endlich sind wir wieder hier, endlich wieder Fastelarwind Biere Das ist euer Applaus Vielen, vielen Dank Wie ihr seht, schon die vier Niederlänge auf der Bühne Die drei Männer dahinter sind genauso wichtig Denn ohne sie würde das Ganze nicht funktionieren Ich darf sie euch einmal vorstellen Wir haben Frank Melcher von der Löbelicher Neustädter Applaus Von der Römergarde, Frank Rösner Applaus Und zum Schluss Stefan Wagner von der Großen Junkersdorfer Applaus Applaus Ihr drei bekommt von uns ein kleines Schösser als Geschenk Bringt den irren Frauen als Dank, dass ihr die drei Männer entbehren könnt über die Session Herzlichen Dank Applaus 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 Sie geben sich ihn heute selber, wie ihr seht Lasst uns ausrufen, ob das Kinder drei gestören Drei Mal von Hetze Kölle Alarm Kinder reingestört Sieg froh Alarm Man wünscht euch von Hetze eine schöne Session, dass alles klappt Tolle Auftritte, tolle Momente Viel Spaß Applaus 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 Applaus